Harry Rowold, Herr Glockauer Der neue Kein-und-Aber-Prospekt kommt. Und dort, auf Seite 24, steht, worüber ich schreibe. Harry Rowold über seinen Klassenlehrer. Ich rufe den Verleger an. Der Verleger druckst nach Verlegerart herum und sagt, wenn du telefonisch nie zu erreichen bist und irgendwas muss man in den Prospekt schreiben, ich sage, das ist ja auch sehr praktisch. Die Kein-und-Aber-Autoren schlagen einfach den aktuellen Kein-und-Aber-Prospekt auf und erfahren, was im neuen Halbjahr von ihnen erwartet wird. Der Verleger sagt, ich sage nur Gripsholm und nimmt mir den Wind aus den Segeln. Denn im Vorwort zu Schloss Gripsholm beschreibt der Verleger Ernst Rowold seinem Autor Kurt Tucholsky haarklein, was er von ihm erwartet. Nicht zu umfangreich. Etwa 15 bis 16 Bogen. Zart im Gefühl. Kartoniert. Leucht ironisch. Und mit einem bunten Umschlag. Dabei hatte ich Herrn Glockauer, Edmund Lautran und Mike Perpich bereits verworfen, weil sie leider tot sind und sich nicht mal darüber ärgern können. Und der Unbekannte vom U-Bahnhof Kellinghusenstraße begleitet mich seit vielen Jahren als literarischer Berater. Der hätte also auch das Zeug zum Mann des Lebens. Edmund Eddy Lautran repräsentierte mehrere deutsche Verlage in Paris und hatte in seiner Jugend im Spanischen Bürgerkrieg in der Thälmann-Brigade gekämpft. Da hatte er, wie wir inzwischen wissen, verloren und ging nach Paris in die Résistance mit dem Schwerpunkt Dächer des Cartier-Latin. Ja, als ich noch schwindelfrei war, nahm er mich mal mit hinauf an die Stätten seines Wirkens und beichtete mir, dass er durchschnittlich zweimal die Woche schweißgebadet aus einem und demselben Albtraum aufwache. Er hatte nämlich eine Granate auf einen Zug Waffen-SS geworfen und deren Zähne waren ihm oben auf dem Dach um die Ohren geflogen. Ich sagte, Eddie, du spinnst doch. Du bist Jude, linker Spanienkämpfer. Dich hätten sie zuallererst abgeholt. Und Eddie sagte, Ich weiß alles. Es nutzt mir nur nichts, weil ich keinen von ihnen kannte. Da habe ich gelernt, dass man nie Menschen umbringen soll, die man nicht persönlich kennt, weil man dann ein schlechtes Gewissen kriegt. Mike Perpich saß mir im kleinen Großraumbüro des Verlags Grove Press in New York gegenüber und erklärte mir das Universum und die USA. Mike war in seiner Jugend Bergmann und während der McCarthy-Ära Vorsitzende der Jugendorganisation der US-amerikanischen KP gewesen. Einmal war er Art Director bei Better Homes and Gardens und wegen seiner schönen Sprüche wurde ihm die Betreuung der Kolumne Over the Fence übertragen. So kam es, dass Better Homes and Gardens zwei Ausgaben lang wegen kommunistischer Wohltätigkeit verboten wurde. Weil Mike Kind kroatischer Einwanderer war. Perpich ist die mundgerecht aufwuchhalte Version von Brjic. Und fließend Kroatisch sprach. Plus, wie gesagt, kann nicht schaden, Kommunist war. Sollte er im Zweiten Weltkrieg als Verbindungsoffizier der US-Army zu den Tito-Partisaden nach Jugoslawien, weshalb es ihn mit der dem Militär inwohnenden Logik auf die Philippinen verschlug, wo er dann mutterseelenallein auf einer Lichtung im Urwald stand und sich fürchtete, bis ein japanischer Soldat auf die Lichtung kam. Da freute sich Mike natürlich, weil er nun nicht mehr so allein auf der Lichtung stand, hob die Rechte zum Gruße und sagte Hi, how are you doing? Da schoss der japanische Soldat Mike den rechten Zeigefinger ab und rannte davon. Äh, gruslos. Was Mike an Zeigefingern fehlte, machte er mit unerschrockenen, teils obszönen, extrem zitierbaren Karlauern mehr als wett. Der Unbekannte dagegen hatte vor dem U-Bahnhof Kellinghusenstraße in Hamburg gestanden, ausgesehen wie jemand, den man hinterher als Individuum bezeichnet, einen westfälischen Akzent und eine Zahnlücke gehabt, durch die hindurch er pfiff, wenn er einen SCH-Laut sprach, weshalb ich diesen mit einem Sternchen kenntlich machen werde. Na? Hat er mich frühmorgens angequatscht. Heute schon einen kleinen Weggesteckt? Nein, antwortete ich wahrheitsgemäß. Na, so eine Nelle will ja auch nicht was himmeln und so eine Möse ist ja auch nicht zum Kaffeekochen da. Und da wurde mir klar, dass unsere größten Epiker nie eine Zeile geschrieben oder auch nur gelesen haben. Nur manchmal, ganz selten, werden sie von jemand Schreibendem belauscht, verzerrt, zitiert und gehen allen ins Reich der fratzenhaft untoten Bacon, Ahabs und Werthers. Wie Paul Austers Friseur. Paul Auster wurde mal von Mike Norman auf unseren Samstagsstammtisch mitgebracht. Mike stellte alle vor. Paul Auster horchte bei Rowold auf. Ich dachte, jetzt geht das wieder los. Aber nein, Paul Auster fragte mich, Aren't you with the FLM Joint Board guys? I'm with the District 65 Wookling Chapter Softball Team. Gimme five. Wir sind nämlich Mitglieder in befreundeten Gewerkschaften. Da war ich natürlich so begeistert von Paul Auster, dass ich mir prompt ein Buch von ihm gekauft habe. In dem Buch steht auf der ersten Seite, er hatte seinen Vater seit über 30 Jahren nicht mehr gesehen. Und so sehr ich es begrüße, wenn Bücher nicht nur ins Deutsche, sondern sogar ins Norddeutsch übersetzt werden. Irgendwann ist Schluss. Paul Auster beschrieb im New Yorker unübersetzt, wie er sich mit seinem Friseur über einen Sänger unterhielt, den weder Auster noch der Friseur leiden konnten. Und der Friseur sagte, Das ist die Art Sänger, die vor Hahnen kämpfen, die Nationalhymne singt. Warum fällt diesem Mann so ein Vergleich ein? Barmt Auster. 800 Jahre alt könnte ich werden, ohne dass mir so ein Vergleich einfällt. Dafür werde ich bezahlt, dass mir solche Vergleiche einfallen. Und der Friseur macht das gratis. Nein, das war jetzt kein SCH-Laut, sondern ein Sternchen, ein gedrucktes. Damit werden nun die einzelnen Beiträge über Horst-Jürgen Glockauer, Jürgen, wie wir ihn nach dem Abitur nennen durften, und Herr Glockauer, wie wir ihn hinter seinem Rücken hochachtungsvoll nannten, meinen Klassen-Deutsch- und Englischlehrer voneinander getrennt, beziehungsweise gegliedert, Herr Glockauer, gegliedert. Vor Herrn Glockauer hatte ich vorübergehend Herrn Dr. Jochimsen, genannt Jockel, in Deutsch gehabt. Jockel hatte vielen Generationen die Lust an der Literatur ausgetrieben und war zusätzlich Gemeindeältester, sodass in Aufsätzen am Schluss immer ein christlicher Schlenker kommen musste, weil man sonst nichts verstanden hatte. Zufällig lernte ich in Köln-Lindental Heinrich Böll kennen, über den Robert Gernhardt später notieren sollte, rein persönlich erste Sahne wären nur nicht die Romane. Heinrich Böll fragte mich, wie läuft's denn so in der Schule? Und ich jammerte an ihn hin, ich bekäme zum ersten Mal in meinem Leben Vieren im Aufsatz, sei sowas gar nicht gewohnt. Der Deutschlehrer sei nämlich Christ und verlange am Schluss immer einen christlichen Schlenker, ich könne aber nur kommunistische Schlenker. Heinrich Böll sagte, Wenn ihr mich mal durchnehmt, schreibst du einfach einen kommunistischen Schlenker hin und wenn der Lehrer meckert, sagst du, aber als ich neulich mit Böll gesprochen habe, hat der und so weiter. Zweieinhalb Jahre habe ich gewartet, bis endlich Wo warst du, Adam, dran kam und dann alles so gemacht, wie Böll es mir aufgetragen hatte und Jocke wurde immer kleiner und hässlicher. An solchen Deutschlehrern war mein lieber Freund Uli geschult und immer, wenn er Rückert, Demel oder Ulan nachweisen konnte, das war unchristlich, hat er wieder ordentlich gepunktet. Die neue 11c tritt zusammen, Herrn Glockauers erste Deutschstunde. Uli schnaubt auf, ich weiß, gleich wird die Sankta Protestantissima zuschlagen und richtig, das ist unchristlich und Herr Glockauer sagt gewinnend, Na und? Ein Ben-Gedicht war zu interpretieren gewesen. Drunter schrieb Herr Glockauer in Rot, Du übertriffst zwar spielend die literarische Qualität der Vorlage, verfehlst dabei aber ebenso spielend das Thema. Die letzte Klassenreise führte immer schwerst subventioniert nach Berlin, Verbundenheit bekunden. Vor dem Übertritt in den Ostsektor sagt Herr Glockauer, Warnung an die Jungs, Vorsicht bei den schönen Mädchen, entweder sie strinken aus dem Hals oder sie sechseln. Nach dem Abitur gepflegtes Abschlaffen in einem Heidehotel. Nach Mitternacht findet Herr Glockauer, er sei abgefüllt genug und geht ins Bett. Kommt zehn Minuten später wieder in den Schankraum mit seinem Pyjama kämpfend. Die Mädchen hatten die mittlere Matratze entfernt, eine Schüssel mit Wasser drunter gestellt und Ärmel und Hosenbeine zugenäht. Nur noch eine kurze Ansage, die, die mir die Hosenbeine zugenäht hat, wird geheiratet. Das hält. Schönen Abend noch. Unser letztes gemeinsames Klassentreffen. Eigentlich müsste Herr Glockauer an Krücken gehen, er behilft sich aber mit Nordic Walking Stöcken. Ich wirke lieber bescheuert als bresthaft. Wie sehr der respektvolle Spitzname Herr Glockauer in unseren Herzen verankert war, bewies viele, viele Generationen später der Cellist Jens-Peter Mainz mit seiner Reaktion auf Herrn Glockauers Tod. Unfassbar! Unfassbar! Am selben Tag Herr Glockauer und Michael Jackson! Herr Glockauer und Michael Jackson!